hallo und willkommen zum pläne für 2020 video ja es ist mal wieder ein jahr rum und deshalb habe ich mir gedacht ich mache es wieder wie in den letzten zwei drei jahren dass ich euch einmal kurz in aussicht stelle was ich mir im moment im januar für dieses jahr vornehme zum einen ich bin wieder wie jedes jahr auf der gamescom anwesend mittwoch oder donnerstag sind bei mir immer so die tage da könnt ihr euch darauf verlassen freitags bin ich meistens nicht da samstag ist es sowieso immer viel zu überlaufen für mich und deshalb dienstag könnte ich zwar auch inzwischen da sein weil ich durch studium jetzt im fachbesucher ausweis beantragen kann und das über ein fachbesuchertag da sein kann aber ich gehe wahrscheinlich am mittwoch oder donnerstag falls ihr mich da sehen wollt und auch an einem der beiden tage da seid dann sagt mir dann sagt mir bescheid da werdet ihr dann auch noch ein paar bilder sehen und sowas wenn es dann soweit ist ja dann zu den spielen worum es hier eigentlich hier geht neben programmieren und anderen 171 tutorials die inzwischen eingestellt sind trotzdem werden die immer noch sehr gut geklickt in den all time best und den aktuellen best den aktuellen best inzwischen verdrängt aber in den all time best sind immer noch alle auf den ersten zehn plätzen mein studium nimmt im moment 200 prozent gefühl meiner zeit in anspruch deshalb kann ich im moment nicht sehr viel für youtube machen ich bin froh wenn ich dann alle zwölf wochen nach hause komme hier zu meinem aufnahme pc und dann hier ein paar videos machen kann und ihr habt ja gesehen dass die videos alle nicht bearbeitet sind alle und manche auch sogar gar kein sammeln gar kein richtiges hatten und sowas das liegt daran dass zu meinem studium im moment ziemlich zeit fressen ist und deshalb sollte und deshalb habe ich mir auch nicht so viel für youtube vorgenommen nämlich eigentlich nur dass die bisher laufenden projekte also an 1800 die kampagne lief ja leider jetzt aus weil es da einen fehler im spiel gab so dass ich die so dass ich die kampagne nicht mehr fortsetzen ließ da da gab es einen fehler dass etwas nicht aktiviert wurde das nicht erkannt wurde dass ich da die bedingungen erfüllt hatte deshalb geht jetzt das endlos spiel ist das jetzt losgegangen geht jetzt eine weile dann die assassin's creed unity streams die werden auch noch ab und zu mal kommen allerdings werden die wahrscheinlich erst ab februar märz wahrscheinlich erst gegen märz wieder losgehen weil in den zwischen dem im semester habe ich dafür keine habe ich dafür auch keine zeit da bin ich froh wenn ich die videos gemacht kriege da kann ich nicht noch zusätzlich streamen also so viel dazu also hauptsächlich an 1800 endlos kommt wird wohl in der in den nächsten in der nächsten zeit kommen dann im märz habe ich semester ferien da wird es dann auch noch ein bisschen mehr was bisschen mehr wieder geben mehr acu streams assassin's creed unity mehr anno und dann wenn körper space program 2 rauskommt das hatte ich gesehen das wird jetzt das wurde ja angekündigt für april 2020 da habe ich auch noch semester ferien das heißt da werden wir dann uns wahrscheinlich dann april mai april mai juni wahrscheinlich uns dann körper space program zweimal angucken das werde ich mir dann wahrscheinlich holen ist auch schon auf meine steam wunsch liste und dafür werden wir dann an 1800 dann wahrscheinlich ein stampfen haben wir auch lange genug jetzt gespielt das war es eigentlich schon soweit wie gesagt mein studium nimmt halt sehr viel zeit in anspruch was man auch mal in den semester ferien versuchen könnte wäre dass ich mal dass ich mal oder wir uns mal in streams die android engine angucken und in dem sinne monopoly trains mal versuchen für die unreal in der unreal engine zu programmieren weil für libgdx und java hatte ich das jetzt eingestampft weil ich da immer nur probleme hatte und die engine so hart unfreundlich ist so dass ich das dann einfach nicht machen einfach nicht mehr machen will dass das habe ich auch in der kanal info so umgeändert das heißt das könnte man sich mal in den semester ferien oder so angucken vielleicht machen wir auch noch global space program weiter anno das ist eine gute frage ansonsten haben wir noch minecraft ja auf der hohen kante das schläft ja irgendwo nach vor sich hin und wartet darauf mal wieder aufgeweckt zu werden oder man kann immer noch zu sechs spielen oder sowas zu selten ist nämlich auch ein sehr schönes spiel was ich noch mal spielen wollte so weil so viel dazu was ich mir vornehme für dieses jahr ist nicht viel ist vor allen dingen dass die videos weitergehen dass videos überhaupt kommen und dass ich dafür zeit finde falls ihr noch spiel vorschläge habt dann schreibt sie gerne in die kommentare und dann würde ich sagen ich habe mir jetzt den trailer von kabel space program 2 runtergeladen den hänge ich euch noch dran und dann würde ich sagen ich wünsche euch noch ein frohes neues jahr und dann viel spaß mit videos in diesem jahr und bis dann und tschüssi so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020